Moin sind, es gibt mal wieder ein neues YouTube-Video. Heute springen wir mal an ACC rein, denn ein, zwei Menschen haben mich so in der jüngsten Vergangenheit mal gefragt, ob ich ein Video machen kann zu Bremsen. Wir werden heute mal über Bremsen reden. Ich habe mir da mal ein paar Szenarien vorbereitet und werde euch da mal ein bisschen abholen. Also, rein ins Intro und dann erkläre ich euch mal, wie das funktioniert. Da sind wir wieder. Ich habe das heute mal ein bisschen untergliedert in zwei, drei Szenarien, mit witzigen Namen, weil für mich persönlich ist es immer einfacher, mir das zu merken, wenn das witzige Namen hat. Aber kommen wir doch einfach erst mal zur Theorie, zur blanken Theorie. Was ist denn nun eigentlich Bremsen? Bremsen bedeutet, dass du dein Auto von Geschwindigkeit x auf 0 kriegst. Und dazu gibt es so einen wunderschönen Begriff, der im Rennsport eine Rolle spielt und der nennt sich Trailbraken. Und Trailbraken bedeutet einfach, dass du dich in die Kurve reinbremst und anhand von physikalischen Gegebenheiten, die dort mit reinspielen, du das Auto auch in der Kurve bremsen kannst. Und hier kommt die blanke Theorie dazu. Es bedeutet so viel wie, je weniger du bremst, desto mehr kannst du lenken. Und daher kommt dieses Trailbraken. Zu deutsch halt einfach, du bremst einen Pfad in die Kurve. Wenn wir uns das jetzt mal vom geistigen Auge vorstellen, bedeutet das einfach, du hast Bremspunkt x und du möchtest so wenig wie möglich oder sagen wir mal so spät wie möglich auf die Bremse hacken. Das heißt ja in der Theorie, und das werden einige von euch sicherlich schon mal kennengelernt haben, Wenn du die Bremspunkte nimmst von Menschen, die etwas schneller fahren und du das selber versuchst, dann funktioniert das meistens nicht, weil dir das Auto sonst wohin fliegt. Und hier gibt es einen kleinen Trick. Wenn du nun also auf die Kurve zufährst und du fängst dort an zu bremsen, wo die anderen anfangen zu bremsen, dann musst du auf dem Weg zum Scheitelpunkt einfach von der Bremse langsam runtergehen. Das Auto wird dann immer noch langsamer und auch ausreichend langsamer, aber du gewinnst die Kontrolle über das Auto wieder, wenn du von der Bremse runtergehst. Dazu gibt es ein sehr schönes Szenario, was ich dir jetzt gerne zeigen möchte. Wenn du nun also hier auf dem Nürburgring, auf T1 zufährst, wir machen das mal schnell, hast du hier die erste Kurve, dann kommt die zweite Kurve und in der dritten Kurve kann man das sehr schön sehen, beziehungsweise auch merken. Wenn du jetzt also nach hier unten runterfährst, kannst du den Bremsweg immens verkürzen, indem du Trailbrakst. Du wirst aber auch sehr schnell feststellen, weil die Kurve etwas geschwungener ist, dass wenn du sehr, sehr viel auf der Bremse stehst, das Auto blockiert und nicht wirklich einlenkt. Das heißt, wir gucken uns das mal kurz an. Du trittst nun also hier auf die Bremse und dann ist bei mir jetzt hier gerade bis zur Hälfte runter. Das hat folgende Bewandtnis. Wenn ich hier voll auf der Bremse stehe, fällt das Auto nicht in die Kurve rein. Also es macht keine Bewegung und Murren nach links. Wenn du die Bremse löst, dann merkst du, wie das Auto richtig schön nach links in die Kurve reingleitet. Und an der Stelle würde ich euch immer empfehlen, das mal auszuprobieren, hier einfach auf die Kurve mal zuzufahren und richtig reinzustempeln und das Auto versuchen, in die Kurve reinzukriegen. Das funktioniert nicht, weil das Auto einfach sich dagegen wehrt, durch das Bremsen nach links zu gehen. Deswegen ist es hier hilfreich, kurz anbremsen, von der Bremse runtergehen und dann kann man sich hier reinfallen lassen. Und dann läuft das Auto von ganz allein um die Kurve ganz smooth. Das ist jetzt natürlich in der Theorie immer super einfach gesagt. Also wenn euch Leute erzählen, die schon sehr, sehr lange im Auto sitzen, das ist ganz einfach, ist es auch. Nur bei den Menschen ist es schon so automatisiert im Körper drin, dass sie gar nicht merken, wie schwer das ist, sich das beizubringen. Also der gute Nils von Unicorns of Love hat mir da mal einen sehr, sehr schönen Tipp gegeben. Und da gibt es eine kleine Übung zu. Und die würde ich euch jetzt auch kurz mal zeigen. Wenn du nun also in der Box stehst und du bewegst dich nicht, kannst du einfach mal versuchen und jetzt achtet mal hier unten bitte auf die Bremseingaben, für dich selber im Kopf zu sagen, okay, ich bremse jetzt mal die Hälfte, ich bremse mal voll und ich bremse mal ein Viertel und versuchst das mal für eine Woche zu wiederholen. Also du stellst dich einfach in die Boxengasse und machst den hier. Du trittst die Bremse Viertel, Hälfte, ganz. Viertel, Hälfte, ganz. Und wenn du meinst, dass du die richtige Position hast, dann kontrollierst du nochmal nach. Also für dich als Übung fürs Bremsen, damit du ein Gefühl für deine Bremse kriegst, wie man hier gerade sieht, einfach mal die Hälfte bremsen, nicht hingucken, kontrollieren, ob es stimmt, wenn nicht ein bisschen anpassen und dann gehst du einfach nochmal rein, machst ein Viertel, kontrollierst das wieder und irgendwann hat dein Körper das einfach drinnen, welche Stellung dort auf der Bremse notwendig ist, um die gewisse Bremsleistung für dich, die du brauchst, zu erreichen. Was dabei super hilfreich ist, für mich persönlich, war immer, auf mein Bein zu achten. Also meinem Kopf zu sagen, bitte achte nur auf mein Bein. Das heißt, du merkst dir, das klingt super bescheuert, aber du versuchst dir zu merken, wie angespannt dein Bein oder deine Wade ist, je nachdem, wie du bremst. Es gibt ja Menschen, die bremsen aus dem Oberschenkel und dann gibt es Menschen, die bremsen aus dem Unterschenkel, also aus der Wade und darauf solltest du achten beim Bremsen. Und das wiederholst du viele, 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 viele Male. Bei mir war es wirklich, ich habe das eine Woche lang, habe ich das gemacht, bis ich das mal drin hatte, um dann ein Gefühl zu kriegen. Kleine Anmerkung an der Stelle, bei mir ist es nun leider mittlerweile so, dass ich manchmal schreckhaft auf die Bremse gehe und so ein ganz kleines Müh bremse. Ich musste meine Dead Zone deswegen ein bisschen hochstellen auf der Bremse, damit das nicht mehr passiert. Jetzt möchte ich euch ganz kurz mal anhand von einem Beispiel den witzigen Namen Steinschleuder oder Slingshot erklären. So hat das für mich am besten funktioniert, mir das zu merken. Und eine sehr schöne Kurve ist die letzte Kurve auf dem Nürburgring dafür. Die möchte ich dir jetzt gerne zeigen und das erklären, was ich damit meine. Wenn wir nun also hier auf dem Nürburgring auf die letzte Kurve zufahren in der Schikane, dann passiert hier Folgendes. Mein Kopf hat sich das so gemerkt, dass ich mein Auto wie eine Steinschleuder zurückziehe und dann loslasse und dann feuert das Ding einfach in die Kurve rein. Was ich damit hier an der Stelle meine, wenn wir das mal durchlaufen lassen, ich bremse hier ganz stark, gehe runter und lasse die Karre einfach hochlaufen. Also ich habe der Karre genug Bums gegeben, so viel Schwung, dass sie die Kurve, also den Großteil der Kurve von alleine hochfährt. Das möchte ich nochmal sagen, ist mein Weg, diese Kurve zu fahren. Ob das der richtige ist, weichs ich nicht, aber anhand des Namens Slingshot habe ich mir das gemerkt und diese Kurve gibt es an einigen Stellen nochmals. Also was jetzt hier passiert, bröckeln wir das einfach mal runter. Wir fahren jetzt hier drauf zu und wir sehen für uns den visuellen Bremspunkt. Bei mir ist das hier immer so das Visuelle und im Laufe des Rennens sieht man hier vorne, da ist noch so ein ganz kleines Stückchen dunkler, da sieht man nochmal eine Verfärbung, ab da bremst man dann. Und für mich ist hier der Moment, wenn ich das sehe, aha, ich muss mein Auto in die Kurve feuern. Das heißt, ich trete auf die Bremse, sieht man ja, ich gehe voll rein, dann gehe ich ganz langsam runter, damit das Auto sich noch schön seicht in die Kurve reinzieht, weil wir haben ja vorhin gelernt, je weniger wir bremsen, desto mehr können wir lenken und dann lasse ich das Ding irgendwann los und dann zieht sich das Ding einfach durch die Kurve und dann kann ich wieder auf den Pinsel gehen. Wenn man sich das jetzt mal in Daten anguckt, dann kann man folgendes sehen, wir gehen halt hier auf die volle Bremsung vor der Kurve, gehen super langsam runter, lassen die Karre laufen, ich habe hier mich ein bisschen verschätzt, das sieht man nochmal, und habe ein bisschen nachkorrigiert, ganz leicht, das wirst du später auch merken, wenn du eventuell ein bisschen zu schnell bist und das Auto sehr weit nach draußen geht, dann trittst du nochmal kurz die Korrekturbremse, ganz leicht, und dann fährst du wieder raus. Und so funktioniert für mich Slingshot. Und Slingshot bedeutet für mich, dass du immer zwischen Bremsvorgang und Gasvorgang ein Stück Rollen drin hast. Das ist nicht optimal. Der Optimalfall wäre, du gehst von der Bremse und kannst danach sofort wieder aufs Gas gehen. Das funktioniert für mich nicht in jeder Kurve. In einigen ist es für mich sinnvoller, die Slingshot-Taktik anzuwenden, oder Stil, um dann die Kurve zu fahren. Das heißt also, wir gehen voller Esse in die Bremse, gehen langsam runter, lassen das Ding laufen und beschleunigen wieder raus. Und dann kommst du relativ gut aus den Kurven raus. Um das jetzt nochmal visuell zu zeigen, ich lasse das jetzt nochmal ganz kurz laufen, wir fahren also drauf zu, hacken die Bremse an, schießen die Karre in die Kurve, und dann lassen wir den Apparat durchlaufen und dann gehen wir auf den Pinsel. Ruf auf der Bremse, laufen lassen, Gas geben und los. Und das Schöne daran ist, wenn du dir für dich selber Punkte suchst auf der Karte, also visuelle Punkte, die dir genau sagen, wann du was machen sollst, dann funktioniert das irgendwann von ganz alleine, weil dein Körper das einfach ausführt. Das heißt, deswegen ist es auch immer super wichtig, einen Bremspunkt zu haben, einen Scheitelpunkt zu haben und einen Punkt, den du siehst visuell, wann du wieder rausbeschleunigen kannst. Und so kannst du jede Kurve vorbereiten. Und wenn du dir anhand der Taktiken das zurechtlegst, wie du welche Kurve fühlst, macht dein Körper das für dich, ohne dass du nachher großartig nachdenken musst und dich konzentrieren musst. Am Anfang musst du natürlich Zeit aufwenden, um ihm das beizubringen, also dir selber und dann kannst du es einfach ausführen. Ich möchte dir noch eine andere Taktik nennen und ich nenne das immer gerne den Wilden. Der Wilde ist für mich super simpel zu erklären. Du bremst extrem spät, vielleicht sogar schon zu spät und fängst das Auto mit dem Gaspedal wieder ab. Das bedeutet also, du bist auf der Bremse, merkst schon, dass dein Auto eigentlich gar nicht das machen will, was du willst und er schiebt ein bisschen und ich gehe dann immer schon wieder aufs Gas, um den einzufangen. Dafür ist eine schöne Kurve Watkins Glen, wenn man den Berg hoch fährt. Und das möchte ich dir jetzt mal kurz zeigen. Wenn wir also diese Kurve hier nehmen und das funktioniert auch in vielen anderen Kurven. Ich möchte übrigens nochmal kurz sagen, dass das sehr, sehr intensiv für die Reifen ist. Und ich würde es nicht empfehlen, sowas in einem Endurance-Rennen zu machen, weil dadurch machst du die Reifen schon sehr extrem kaputt. Für mich ist das immer nur eine Taktik oder eine valide Taktik, wenn ich von jemandem wegkommen möchte, weil die meisten Leute dann schon, sage ich mal, etwas schonender fahren oder Schwierigkeiten haben in der Kurve. Und hier kann ich für mich persönlich, habe ich festgestellt, oft noch etwas Platz gewinnen, um auf der Geraden besser wegzukommen. Das heißt also, wir fahren jetzt hier vorne auf die Kurve zu. Das Schild hier vorne ist für mich immer der Indikator zu bremsen. Und dann hacke ich gleich in die Bremse. Und wie man gesehen hat, und das ist in der Theorie sogar der Optimalfall, ich bin runtergegangen von der Bremse und ich bin sofort wieder auf dem Gaspedal. Wenn wir uns das jetzt mal in den Grafen angucken, dann sehen wir jetzt hier, dass wir voller Esse in die Bremse reinhacken, dann gehen wir schön langsam runter und hier unten ist das Gap zwischen Bremse und Gas geben immens klein. Und im Optimalfall wäre dieser Punkt hier drinnen. Und das macht nämlich nachher für dich im Vergleich zu allen anderen die Zeit aus. Wenn du richtig schnell bist und wir das jetzt mal beispielsweise mit jemandem vergleichen würden, der extrem schnell fährt, sieht man, dass diese Punkte super, super nah beieinander sind. Und für mich, wie gesagt, ich nenne das immer gerne den Wilden, weil das einfach extrem schnell wird. Und du merkst auch, dass das Auto extrem viel arbeitet. Es schiebt dich zur Seite, du musst es mit dem Gaspedal wieder einfangen. bei Mittelmotoren beispielsweise, ist das eine gängige und valide Fahrmethodik oder Mechanik, das Auto immer wieder einzufangen, weil die nicht so ruhig liegen. Das heißt also, der Wilde oder nennen wir in dem Fall jetzt mal auch den Optimalen, liegt der Gas, also das Gas geben und das Bremsen in einer Linie. Oder sie haben einen Punkt, in dem sie aufhört und wieder losgeht. Und wenn du richtig krass bist, hast du sogar noch einen kleinen Schnittpunkt. Wenn wir jetzt noch mal einmal nach Silverstone gehen, da haben wir den Halben. Und der Halbe ist für mich die Methodik, wo es sehr, sehr enge Kurven gibt, wo du aber relativ zügig durch willst und deswegen nicht ganz bremst. Und deswegen nenne ich das Ding den Halben, weil ich nicht voll auf die Bremse gehe, damit ich nicht sehr lange geradeaus fahren muss, sondern wirklich schon währenddessen ich Bremse mich reinlenken kann. Und das möchte ich dir jetzt auch noch mal zeigen. Hier sind wir auf Silverstone. Eine schöne Kombination. Das ist eine schöne rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links und Ziel. Und wenn wir jetzt hier auf die Kurve zufahren, sind wir ja sowieso schon sehr, sehr langsam. Wir sehen ja, wir haben nur 100 kmh aktuell drauf. Wir können davon profitieren, dass das Auto so langsam ist und auch langsam aus der Kurve vorher rausbeschleunigt, indem wir dann einfach in der nächsten Kurve gar nicht voll bremsen. Das kann man jetzt sehen. Wir bremsen nur halb und dann gehen wir langsam runter, Korrekturbremse ein bisschen und dann beschleunigen wir wieder raus. Das heißt, es ist in dieser Kurve überhaupt nicht notwendig, voll zu bremsen. Wir können mit der Hälfte der Bremse dort rangehen, also der halbe, und uns in die Kurve reinfallen lassen. Das heißt also, nur schleifen lassen, ich nenne das auch gerne schleifen lassen, nur schleifen lassen, Kurve reinfallen lassen, Gas geben und raus den Lachs. Und das funktioniert in vielen, vielen Kurven. Das heißt, wenn du diese drei Kurven oder diese drei, ich nenne es jetzt mal, Mechaniken für dich annimmst, kannst du die größtenteils auf die meisten Kurven anwenden. Also fassen wir das nochmal am Ende ganz, ganz kurz zusammen. Wenn du also Probleme beim Bremsen hast, dann bremse nicht zu lange auf 100% geradeaus, weil Auto lässt sich nicht bewegen und will einfach nur geradeaus. Es lenkt sich nicht rein. Versuche dich, ein paar Tage hinzusetzen und einzuspeichern in deinen Körper, wo und wann und welche Bremsleistung du erreichst mit der Stellung deines Beines oder Anspannung des Muskels beziehungsweise Wade und trainiere das für dich etwas. Und dann nimmst du dir jede Strecke und versuchst in deinem Kopf zu visualisieren, wie du diese Kurve fahren möchtest. Das heißt, du nimmst dir jetzt beispielsweise den Nürburgring und stellst dir vor, wo ist der Scheitelpunkt, in welcher Kurve und wie würde ich dort optimal durchkommen. Und wenn du die ersten Schritte gemacht hast und dir das eingespeichert hast und dann du siehst, was vor deinem geistigen Auge dort passiert, wird es irgendwann für dich super simpel sein, neue Strecken zu lernen, vernünftig zu bremsen und schneller zu werden. Also ich wünsche dir jetzt super viel Spaß beim Lernen. Falls ich was vergessen haben sollte oder etwas erklärt haben sollte, was du nicht verstanden hast, dann stell doch einfach eine Frage unten in die Kommentare und dann kann ich das Ganze nochmal aufgreifen und das eventuell etwas besser und einfacher versuchen, dir zu erklären. Was du jetzt machst, ist dich hinsetzen und das Ganze ein bisschen üben und sehr viel Spaß dabei haben. Nochmal ein kleiner Disclaimer, ich habe das versucht mit meinen eigenen Worten zu erklären, bin natürlich auch nicht der schnellste Fahrer, ich hoffe, die bringt das trotzdem was und falls etwas falsch gewesen ist, würde ich mich super freuen, wenn du mir in die Kommentare schreibst, was eventuell nicht ganz korrekt war oder du schreibst noch eine schönere Erklärung unten drunter, wie man das ganze Menschen vermitteln könnte. Das wäre geil. Ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Fahren, genieße Simracing, vielen Dank, dass du zugeguckt hast, schreib mir einen Kommentar, knall ein Däumchen drauf und dann sage ich Tschüssi Kowski, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.